Kinderbuch Simsalabom und dreimal schwarzer Kater Frühstück auf der Obstwiese Tom wachte auf. Durch die Fenster lachte der helle Tag. Wo war er? Das war doch nicht sein Zimmer. Plötzlich kam ihm die Erinnerung. Er befand sich im Turmzimmer des Zauberschlosses. Eilig strampelte er die Bettdecke nach unten und hüpfte aus dem Bett. Er beugte sich zum Fenster hinaus. Der Wald dampfte in der Morgensonne. Aus dem Kamin des Gartenhauses wirbelte Rauch. Sicher kochte die Windhexe schon ihren Frühstückskaffee. Drunten über dem Weg schaukelten im Morgenwind die schwer beladenen Äste der Obstbäume. Neben den Gemüsebeeten zogen sich Johannes und Stachelbeersträucher bis hinunter zur Schlossmauer. Guten Morgen, Monsieur Tom. Haben Sie schon ausgeschlafen? Krächzte es plötzlich über ihm. Auf dem Dachrand saß des Onkelssekretär und lächelte ihn an. Tom lächelte zurück. Guten Morgen, Monsieur Jacques, antwortete er. Ich gucke spazieren. Gefällt es Ihnen, Ihr? Ist der Garten nicht ehrlich? Sie haben großes Glück, dass Sie haben einen Zauberonkel mit einem Zauberschloss. Noch dazu in einer solch wunderschönen Gegend. Mir gefällt es prima hier, Toms Augen leuchteten. Wohnt Sie schon lange im Schloss? Der Rabe nickte. Ich bin mit Monsieur Simsalabon ihr eingezogen. Ich kenne alle Ecken und Winkel, jeden Baum und jeden Strauch. Dann wissen Sie vielleicht auch, ob die gelben Pflaumen dort unten reif sind? Der Sekretär schmunzelte. Aber ja, Monsieur Tom. Sie sind reif und Sie sind zuckersüß. Sie sollten sie unbedingt versücken. Tom fröstelte. Kühl ist's. Monsieur Jacques zeigte sich besorgt. Ziehen Sie sich geschwind an, sonst bekommen Sie einen Schnüpfel. Tom schloss das Fenster und kicherte. Ziehen Sie sich geschwind an, sonst bekommen Sie einen Schnüpfel. Minuten später lief er die Wendeltreppe hinunter in die Halle. Tom lief ins Wohnzimmer. Die Tür der Terrasse stand offen. Er zauderte. Sollte er die steinerne Treppe in den Schlosspark hinunterlaufen oder um die Ecke zur Obstwiese. Er entschied sich für die Obstwiese. Auf Anhieb fand er den Baum mit den süßen Früchten. Ein kräftiger Sprung. Schon hing er am unteren Ast. Er setzte sich auf eine Astgabelung, futterte von den gelben Pflaumen und spuckte die Steine im Kreis in das Gras. Allmählich wurde ihm kalt und er begann herunterzusteigen. Er hangelte bereits am untersten Ast. Da zog er blitzschnell die Beine wieder hoch. Denn auf die Wiese stellste ein langes Messer in der Hand Bosorkani. Noch hatte sich Tom nicht entdeckt. Doch Tom musste niesen. Bosorkani hob den Kopf. Sie stemmte die Hände auf die mageren Hüften und lachte. Sie holte aus und schnitt mit dem Messer die Luft in zwei. Toms Blick irrte hinauf zum Schlossdach. Wo blieb Monsieur Jacques? Die Hexe ließ Tom nicht aus den Augen. Unaufhörlich kicherte sie in sich hinein. Plötzlich schlug sie sich auf die Stirn. Brrrr, hat sich vergessen, ich. Isst sich heute Mittwoch. Isst sich Mittwoch Fastentag. Gibt sich nix Fleisch heute. Bloß Salat. Sie schnitt eine Handvoll jünger Löwenzahnblätter ab, dazu vom Kräuterbete ein wenig Petersilie und Schnittlauch und stagte zurück in ihr Haus. Sie war schon eine ganze Weile hinter der Tür verschwunden, da umklammerte Tom immer noch den Stamm des Pflaumenbaums. Fantasy Hohle Köpfe von Terry Pratchett Es war eine warme Frühlingsnacht, als eine Faust so heftig an die Tür klopfte, dass sich die Angeln verbogen. Ein Mann öffnete und sah hinaus auf die Straße. Nebelschwaden kam vom Fluss und das Schimmern der Sterne war hinter einer dichten Wolkendecke verborgen. Der Mann hätte auch versuchen können, durch grauen Samt zu blicken. Doch nachher glaubte er, Gestalten bemerkt zu haben, außerhalb des Lampenscheins auf der Straße. Einige, vielleicht auch viele schämen, die ihn aufmerksam beobachteten. Hier und dort schienen kleine Lichter zu glühen. Existenz und Beschaffenheit der Gestalt vor dem Mann waren eindeutig. Groß und dunkelrot ragte sie auf, wie das von Kindeshänden geschaffene Tonmodell eines Menschen. Zwei Kohlen bildeten die Augen. Nun, was willst du so spät in der Nacht? Der Golem reichte ihm eine Schiefertafel, auf der geschrieben stand. Wir gehört, dass du möchtest einen Golem. Golems können natürlich nicht sprechen. Ha, ich möchte einen, ja, aber ich kann mir keinen leisten. Ich habe mich erkundigt, doch heutzutage seid ihr viel zu teuer. Der Golem wischte die Worte von der Tafel und schrieb, Für dich 100 Dollar. Bist du zu verkaufen? Nein. Der Golem schwankte zur Seite. Ein anderer trat vor die Tür. Er war ebenfalls ein Golem, das sah der Mann auf den ersten Blick. Aber dieser sah keineswegs so aus wie die üblichen, klobigen Tonhaufen, die man gelegentlich zu Gesicht bekam. Er glänzte wie eine frisch polierte Statue und war perfekt bis zur detailgetreuen Darstellung der Kleidung. Er erinnerte dem Mann an die alten Bilder von früheren Königen der Stadt, die immer eine gebieterische Haltung einnahmen und einen herrischen Haarschnitt zur Schau stellten. Dieser Golem trug sogar eine kleine Tonkrone auf dem Haupt. 100 Dollar? fragte der Mann argwöhnisch. Stimmt mit dir was nicht? Wer verkauft dich? Alles stimmt. Das klingt, als wollte dich jemand möglichst schnell loswerden. Golem muss arbeiten. Golem muss einen Herren haben. Ja, sicher, aber man erzählt sich Geschichten. Manchmal werden Golems verrückt und stellen zu viele Dinge her und so. Nicht verrückt. 80 Dollar. Er sieht neu aus, sagte der Mann. und klopfte gegen die glänzende Brust. Aber es werden keine Golems mehr produziert. Deshalb sind sie ja zu teuer für kleine Unternehmen. Er unterbrach sich. Jemand hat wieder mit der Produktion begonnen, stimmt's? 80 Dollar. Die Priester haben sie schon vor Jahren verboten. Mit solch einer Sache kann man sich in große Schwierigkeiten bringen. 70 Dollar. Wer steckt dahinter? 60 Dollar. Verkauft er sie an Albertson? Oder an Spatz und Sperling? Es ist auch so schon schwierig genug, konkurrenzfähig zu bleiben. Und die anderen haben genug Geld für Investitionen. 50 Dollar. Der Mann ging um den Golem herum. Soll man sich einfach hinsetzen und zusehen, wie die eigene Firma mit unfairen Preisdenkungen in den Ruin getrieben wird? 40 Dollar. Ich meine, Religion ist ja schön und gut, aber was wissen Propheten von Profit? Er sah zu dem schattenhaften Golem in der nebligen Dunkelheit. Hast du gerade 30 Dollar geschrieben? Ja. Pauschalkäufe haben mir schon immer Spaß gemacht. Warte einen Augenblick. Der Mann verschwand im Haus und kehrte kurze Zeit später mit einer Handvoll Münzen zurück. Hast du vor, die Burschen auch an meine Rivalen zu verkaufen? Nein. Gut. Richte deinem Chef aus, dass es mir ein Vergnügen ist, Geschäfte mit ihm zu machen. Komm rein, Söhnchen. Der weiße Golem betrat die Fabrik. Der Mann sah noch einmal nach rechts und links, bevor er ihm folgte und die Tür schloss. Schemen bewegten sich in der Dunkelheit. Etwas zischte leise. Dann wankten die großen, schweren Gestalten davon. Kurz darauf erlebte ein Bettler, der hinter der nächsten Straßenecke hockte und hoffnungsvoll die Hände ausstreckte, eine Überraschung. Er stellte fest, dass er plötzlich um 30 Dollar reicher war. Fantasy mit einem Schuss Comedy stört, entgegnete Travis gereizt. Schließlich haben wir mich verhaftet. Ja, aber Sie müssen zugeben, dass Ihr Verhalten den herbeigerufenen Beamten keine andere Wahl ließ, meinte der Psychiater ruhig. Kann schon sein, murmelte Travis. Und die Sache mit der Polizistin tut mir auch leid, aber wie ich schon seit geraumer Zeit zu erklären versuche, ich konnte nichts dafür. Es war allein Schuld dieser verdammten... Er zögerte. Elfen? fragte der Psychologe. Der Polizist, der an der Tür des Befragungszimmers stand, kicherte leise. Nein, Dämonen, berichtigte Travis. Das habe ich Ihnen doch schon tausendmal gesagt. Ach ja, Dämonen, Entschuldigung. Zwei, sagten Sie? Ja, Jack und Sharon. Nur, dass Jack nicht schon immer ein Dämon gewesen war. Früher war er Filmproduzent in Hollywood, wenn auch ein ziemlich schmieriger. Aber Sharon ist dafür goldecht. Sie ist ein Sukkubus. Jack, der Dämon, der früher Filmproduzent war, wiederholte der Psychologe langsam, und Sharon, der Sukkubus. Ja, und diese beiden, äh, Dämonen, sind Schuld an ihren Problemen, stimmt's? Seit wir aus Samella zurück sind. Ah, ja. Der Psychiater blickte auf seinen Notizblock und klopfte mit dem Kugelschreiber gegen seine Vorderzähne. Samella, diese Welt, die Sie besucht haben. Die Welt, in die ich geschickt wurde, verbesserte Travis, von Prendergast. Und mit Prendergast meinen Sie Gideon Leonhard Prendergast, den bekannten Hersteller von Computerspielen? Der Gideon Leonhard Prendergast? Travis seufzte und steckte sich eine Mentholzigarette an. Eigentlich hatte er das Rauchen schon vor langer Zeit aufgegeben, aber die Ereignisse der letzten Tage hatten ihn dazu gebracht, die alte Gewohnheit wieder aufzunehmen. Er ist nicht der, der er zu sein scheint. Er ist eine Art Gottheit. Und keine Nette. Er hat unglaubliche Macht. Travis, ich habe mich ein wenig mit Ihrem Redakteur vom Watchdog-Magazin unterhalten. Er hat mir von Ihrer Obsession in Bezug auf Prendergast erzählt. Und wie Sie wochenlang an Ihrer Story, der geplanten Titelgeschichte, gearbeitet haben. Ganz offensichtlich litten Sie unter dem Stress und reagieren als Resultat darauf mit diesen Wahnvorstellungen. Travis blies dem Zigarettenrauch ins Gesicht und freute sich, als der Psychologe angewidert die Mine verzog. Ich habe keine Wahnvorstellungen. Wollen Sie nur meine Version der Geschichte hören, Doktor, oder nicht? Entschuldigen Sie. Fahren Sie fort. Und bitte sagen Sie ruhig Dave zu mir. Ach du meine Güte, dachte Travis. Also gut, Dave. Es war folgendermaßen. Als ich Prendergast mit den Ergebnissen meiner Recherchen konfrontierte, zappte er mich irgendwie weg und nachdem ich aufgewacht war, fand ich mich auf Samella wieder in der Gesellschaft von Jack und Whiplash. Whiplash? Das Pferd. Ah, ja, sagte Dave und schrieb wieder etwas auf seinen Notizblock. Jack hat mich dann aufgeklärt. Ich konnte von Samella nicht weg, so lange, bis ich den Schlüssel gefunden hatte. Allerdings wusste er nicht, wie der Schlüssel aussehen sollte. Und diese Welt, Samella, war sie wie die Erde? In mancher Hinsicht schon. Ich meine, dort gab es Menschen und ich konnte sie verstehen, zumindest in dem Teil, in dem ich gelandet war. Aber es war eine mittelalterliche Welt, besiedelt von Drachen, Elfen, Feen, Zauberern und all solchem Zeugs. Und Dämonen. Und Dämonen, bekräftigte Travis. Travis, waren Sie eigentlich in der Schule ein großer Fan von der Herr der Ringe? fragte Dave. Um Himmels Willen, nein. Ich habe es noch nicht mal bis zur Hälfte des ersten Buches geschafft. Aber heute lesen Sie eine Menge Fantasy-Geschichten, nicht wahr? Travis schüttelte den Kopf. Nein, überhaupt nicht. Ich weiß, diese ganze Geschichte klingt wie eine schlechte Version des Nibelungen-Lieds. Aber dafür kann ich nichts. Es war so. Zuerst dachte ich, es sei nicht wirklich. Ich war überzeugt davon, dass Pranagast mich an ein außerordentlich leistungsfähiges Virtual-Reality-Spiel angeschlossen hatte. Ich glaubte, er wolle mir eine Lektion erteilen, weil ich mich in seine Angelegenheiten eingemischt hatte. Aber letzten Endes musste ich mir eingestehen, dass Samela wirklich existierte. Natürlich, sagte Dave besänftigend. Und da Sie ja jetzt wieder auf der Erde sind, ist es Ihnen ganz offensichtlich gelungen, diesen Schlüssel zu finden. Ja, mit Hilfe der grünen Königin. Wer? Einer Göttin, der ich zufällig begegnete. Die Königin des Zauberwaldes, jenes Orts, an dem unser letzter Kampf mit Prinz Valery, Sir Rodney, ihren beiden Armeen und diesem schrecklichen Damien stattfand. Ich fürchte, ich kann Ihnen schon wieder nicht ganz folgen, seufzte Dave. Das macht nichts. Ja, ich habe den Schlüssel gefunden. Und was war es? Es war ein Schlüssel. Der Schlüssel war ein Schlüssel? Ja, der Schlüssel war ein schlichter Schlüssel. Und was war mit der Tür? Welche Tür? Die Tür, die man mit dem Schlüssel öffnen konnte. Travis schüttelte den Kopf. Es gab keine Tür, Dave. Ich habe mir nur etwas gewünscht und schon war ich wieder zu Hause. Sehr bequem. Ja, das dachte ich auch. Und als ich dann in meinem eigenen Bett erwachte, glaubte ich sogar eine Weile, dass alles nur ein verrückter Traum gewesen sei. Aber dann stellte sich heraus, dass dem keinesfalls so war. Ich war nicht allein. In meiner Küche saßen Beatrice, Jack und Sharon. Beatrice? Noch ein Dämon? Nein, sie geht einem nur auf den Geist. Sie ist eine Prinzessin. Was haben Sie dort getan? Gefrühstückt und fern gesehen. Nein, ich meine, warum sind Sie mit Ihnen zurückgekommen? Ich habe keinen blassen Schimmer. Ich war der Meinung gewesen, dass meine Leidenszeit vorüber sei, sobald ich den Schlüssel gefunden hatte. Er drückte die Zigarette aus. Stattdessen begann sie erst. Erotik Prohibited Book von Louis Royau Einführung oder Gebrauchsanweisung Lassen wir Kreativität, Gestaltung, Colorit und alles Übrige einmal beiseite. Diese ersten Ausführungen dienen nur zur Orientierung für den Umgang mit den nachfolgenden Seiten. Sie sind eine Art Leihfaden. Wenn sie dich aber zu sehr in Unruhe versetzen, kannst du sie ja noch ein zweites Mal durchsehen. Viel Spaß dabei. Aber kommen wir zum Kern. Vergessen wir die alten Binsenweisheiten von Erotik und Pornografie. Suchen wir uns einen ruhigen Ort, einen bequemen Sessel oder ein Bett mit zerwühlten Laken. Nehmen wir uns das Buch und blättern wir darin mit der linken Hand, darum sein kleines handliches Format. Enge und unbequeme Kleidung legen wir ab. Ideal ist ein leichtes Hemd oder ein T-Shirt. Nachdem wir die Finger der rechten Hand mit der Zunge befeuchtet haben, streichen wir leicht über die Lippen, gleiten dann sanft den Hals hinunter und weiter über die Brust. Dann vergnügen wir uns ein Weilchen damit, den Nabelzummen spielen, ein wenig in seine Höhlung einzutauchen. Wir strecken den Zeige und noch dazu den Mittelfinger aus. Die anderen Finger bleiben locker und je nachdem, ob du ein Mann oder eine Frau bist, lassen wir sie ein schönes O bilden. Wir gleiten schließlich zwischen die Schenkel, voller Verlangen, feucht zu bleiben. Bei dieser angenehmen und lohnenden Beschäftigung können wir anfangen, mit der linken Hand die Seiten durchzublättern. Die rechte aber sollte mit ihrer sanften und so vertrauten Bewegung fortfahren. Gegen Ende des Buches ist dann hoffentlich die Hand schlüpfrig von den geweihten Säften unserer Lust. Die Seiten aber sollten von diesem Tun unbeschädigt bleiben, um einen zweiten Blick nicht unangenehm klebrig zu machen. Für den Autor wäre es eine große Genugtuung, wenn diese Anweisungen bis zur vollen Befriedigung befolgt würden. Thriller Stark, the Dark Half von Stephen King Ihr Verstand machte sein eigenes Foto von dem, was sie sah, so klar und scharf wie die Fotos, die die Polizeifotografen bald machen würden. Sie sah die zwei Flaschen Amstel Bier auf dem Couchtisch, eine leer, die andere halb voll, noch mit einem Schaumkragen am Flaschenhals. Sie sah den Aschenbecher, auf dessen gerundeter Oberfläche Chicago Land stand. Sie sah zwei Zigarettenstummel ohne Filter, auf der vorher marklos weißen Fläche des Aschenbechers ausgedrückt. Das Großmaul rauchte nicht, jedenfalls keine Zigaretten. Sie sah, dass die kleine Plastikdose, die einst voll mit Reißzwecken gewesen war und noch einige wenige enthielt, umgekippt zwischen dem Aschenbecher und den Bierflaschen lag. Der größte Teil der Reißzwecken, die das Großmaul dazu benutzt hatte, Gegenständern seine Merktafel in der Küche zu heften, war auf der Glasplatte des Couchtisches verstreut. Sie sah, dass ein paar davon auf einem aufgeschlagenen Exemplar der Zeitschrift People lagen, der Nummer, in der die Thad Bowman-George-Stark-Story erschienen war. Sie sah Mr. und Mrs. Bowman, wie sie sich über Starks Grabstein die Hände reichten, obwohl sie von hier aus gesehen auf dem Kopf standen. Es war die Geschichte, die, wie Frederick Clausen behauptet hatte, nie gedruckt werden, sondern ihn zu einem wohlhabenden Mann machen würde. Daran hatte er sich geirrt. Offenbar hatte er sich in jeder Beziehung geirrt. Sie sah Frederick Clausen, der nun kein Großmaul mehr war, in einem seiner beiden Wohnzimmersessel sitzen. Er war darauf festgebunden. Er war nackt. Seine Kleider lagen in einem unordentlichen Haufen unter dem Couchtisch. Sie sah das blutige Loch in seinen Lenden. Die Hoden waren noch da, wo sie hingehörten, aber sein Penis war amputiert und ihm in den Mund gestopft worden. Dort war reichlich Platz, denn der Mörder hatte ihm auch die Zunge herausgeschnitten. Sie waren die Wand geheftet. Die Reißzwecke war so tief in das rosa Fleisch hineingetrieben worden, dass sie nur noch als grinsender Halbmond aus leuchtendem Gelb zu sehen war, und ihr Verstand fotografierte erbarmungslos jedes Detail. Blut war an der Tapete heruntergesickert, als hätte der grausige Fleischlappen geweint. Der Mörder hatte noch eine weitere Reißzwecke benutzt, in diesem Fall eine mit einer leuchtend grünen Oberfläche, um die zweite Seite des People-Artikels auf die nackte Brust des Ex-Großmolts zu heften. Sie konnte das Gesicht von Liz Bowman nicht erkennen. Es war von Clausens Blut verschmiert. Wohl aber die Hände der Frau, die Bowman einen Teller mit Schokoladenkeksen hinhielt. Sie erinnerte sich, dass sich Clausen über dieses Foto besonders geärgert hatte. So ein Blödsinn, hatte er gesagt. Sie hasst das Kochen und Backen. Das hat sie in einem Interview gesagt, nachdem Bowmans erster Roman erschienen war. Über der an der Wand gehefteten Zunge standen mit in Blut getauchten Fingern geschrieben vier Worte. Die Sperlinge fliegen wieder. Großer Gott, dachte ein entlegener Teil ihres Verstandes. Das ist fast so wie in einem George-Stark-Roman. So etwas hätte Alexis Machine tun können. Hinter sich hörte sie ein klapperndes Geräusch. Dodie Eberhardt schrie auf und vorherum. Machine kam mit seinem fürchterlichen Rasiermesser auf sie zu, dessen stählernes Glitzen erst von Frederick Clausens Blut getrübt war. Sein Gesicht war die verzerrte Maske aus Narben. Das, was Noni Griffith davon übrig gelassen hatte, als sie am Schluss von Machine Sway darüber hergefallen war und... Und es war überhaupt niemand da. Die Tür war ins Schloss gefallen. Das war alles. Wie Türen es gelegentlich tun. Wirklich? Fragte der entlegene Teil ihres Verstandes. Doch jetzt war er näher gekommen. Er hob seine Stimme eindringlich vor Angst. Sie stand eindeutig offen, als du die Treppe heraufkamst. Nicht weit offen, aber doch so weit, dass man sehen konnte, dass sie nicht geschlossen war. Jetzt kehrten ihre Augen zu den Bierflaschen auf dem Couchtisch zurück. Eine leer, eine halb voll, noch mit einem Schaumkragen an der Innenseite des Halses. Der Mörder hatte hinter der Tür gestanden, als sie hereinkam. Wenn sie den Kopf gedreht hätte, dann hätte sie ihn höchstwahrscheinlich gesehen und wäre jetzt gleichfalls tot. Und während sie dagestanden und die Überreste von Mr. Frederick Großmoll Clausen betrachtet hatte, war er einfach hinausgegangen und hatte die Tür hinter sich zugemacht. Die Kraft wich aus ihren Beinen und sie sank mit einer Art seltsamen Anmut auf die Knie, fast wie ein Mädchen, das im Begriff ist, das heilige Abendmahl zu nehmen. Durch ihren Kopf rannte immer wieder der gleiche Gedanke wie ein Hamster in seinem Laufrad. Oh, ich hätte nicht schreien dürfen. Er wird zurückkommen. Oh, ich hätte nicht schreien dürfen. Er wird zurückkommen. Oh, ich hätte nicht schreien dürfen. Und dann hörte sie ihn, das gemessene Stampfen seiner großen Füße auf dem Flurteppich. Später war sie davon überzeugt, dass die verdammten Schulmanns ihre Stereoanlage wieder aufgedreht hatten und dass sie das Stampfen der Bässe für Fußtritte gehalten hatte. Aber in diesem Augenblick war sie ganz sicher, dass es Alexis Machine war und dass er zurückkam, ein Mann so zielstrebig und mordgierig, dass nicht einmal der Tod ihn aufhalten würde.